Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Geld verdienen als Hobbyfotograf und Videograf. Ich bin Mirko und in diesem Video gebe ich dir eine Übersicht darüber, wie sich meine Einnahmen im Januar entwickelt haben. Zuerst möchte ich euch aber im neuen Jahr willkommen heissen. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen im 2023 und voller Tatendrang. Ich bin auch ziemlich voller Tatendrang, auch wenn bei mir privat gerade sehr viel Wechsel ansteht. Ich schaue nur noch vorwärts und es wird sich alles positiv entwickeln. Der Januar entpuppt sich allgemein als schlechter Monat. Auch bei Blackbox habe ich immer noch 130 Videos bereit zum Verkauf. Es wurde aber im Januar kein einziges verkauft. Bei Adobe habe ich im Januar ein Foto verkauft für 33 Cent. Ich hoffe, die fallen hier nicht ins gleiche Muster rein wie Shutterstock und Konsorte, aber wir lassen uns da mal davon überraschen. Bei Shutterstock habe ich diesen Monat auch wieder ein Foto verkauft. Und das ist ja die Shutterstock-Preisphilosophie. Man geht immer wieder bei Null, also habe ich für dieses Bild 10 Cent gekriegt. Bei Depositfotos, nichts hochgeladen, nichts abgelehnt, nichts verkauft, auch nichts eingenommen. Bei Pond5 bin ich mir ernsthaft mit überlegen, das aus diesem Review rauszunehmen, weil ich habe noch nie ein einziges Foto verkauft ab Pond5. Dieser Monat war Weierstock, fast der Kassenschlager. Keine Bilder hochgeladen, eines ist aus dem Review raus. Ich habe dann auch die Verkaufszahl aktualisiert und habe ich ein Bild verkauft für 2,67 Dollar. Den höchsten Monatsumsatz diesen Monat im Januar habe ich mal wieder mit DOVR gemacht, aber es ist halt auch komplett was anderes als die normale Fotografie. Es handelt sich ja ausschliesslich um 360 Grad Videos, die da hochgeladen werden. Und da habe ich jetzt eigentlich schon den zweiten Monat, den wirklichen, von mir aus gesehen, guten Umsatz. Wie das dann läuft bei der Auszahlung und ob das dann alles funktioniert, ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Damit sind wir bereits am Ende des Reviews des Januars angelangt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann vergiss nicht, den Kanal mit Glocke zu abonnieren. Viel Spass und bis bald, dein Mirko.